Musik Freut mich, dass wir heute jetzt zum zweiten Vortrag kommen können. Ich habe versucht, gestern Abend zu erklären, dass ich persönlich Stress als einen Konflikt mit der Zeit sehe und Stress entsteht dadurch, dass wir die Zeit an etwas binden, was nicht fest ist. Die Zeit ist eine Konstante, aber wenn wir sie binden an etwas, was nicht konstant ist, zum Beispiel an Geld, haben wir eine Schwierigkeit. Wir bleiben nicht und können es dann nicht so berechnen, dass es uns keinen Stress macht. Und ich habe versucht, klarzumachen, dass die Zeit etwas ist, das wir nutzen müssen, und zwar zur rechten Zeit. Unser Leben ist etwas, was in gewissen Zeitabständen abläuft und in diesen Zeitabständen müssen wir das tun, was für das Leben wichtig ist, sonst machen wir etwas Falsches und dann gibt es Konsequenzen. Das führt dann zu mehr Unannehmlichkeiten, wir können es Stress nennen, wie wenn wir die Zeiten genutzt hätten, wie sie hätten genutzt werden sollen. So, heute Abend möchte ich über ein Thema sprechen, was natürlich in einer Stunde oder anderthalb, wie viel wir haben zur Verfügung, nicht fassbar ist. Dennoch, ein paar Grundsätze können wir festlegen. Und zwar das Thema Angst. Warum bekommt ein Mensch Angst? Brauchen wir sie, brauchen wir sie nicht. Ich persönlich kann ein Lied davon singen. Ich bin von Kind auf ängstlich gewesen. Man könnte sagen, ich bin ein Hypochonder. Das ist einer, der schon in der Kindheit mit Angst zu tun hatte. Ich musste jeden Abend, bevor ich ins Bett ging, natürlich als Christ immer am Bettrand gebetet, aber nach dem Gebet, bevor ich ins Bett ging, musste ich unter das Bett schauen, ob niemand dort ist. Zu unserer Zeit gab es die Betten, wo unter dem Bett noch Stauraum war, wo es nicht zu war wie heute. So bin ich aufgewachsen, mehr oder weniger als ängstlicher Junge, aber richtig los ging jetzt Mitte 8, da war ich 27, 28 Jahre alt. Da war ich in meinem dritten medizinischen Schuljahr und ich hatte so ein Erlebnis, dass ein Patient, den wir untersuchten in der Klinik auf der Intensivstation, hatte seine Herzprobleme und dieser Mann war dann über Nacht gestorben, war so in seinen 50er Jahren und am anderen Morgen haben wir ihn dann in der Pathologie gehabt und er wurde aufgemacht, damit wir sehen, warum er verstorben war. Und das war für mein Gemüt ziemlich viel und bei dem nächsten Kurs, als ich in der Klinik war, wurde mir schlecht. Ich bekam ganz starke Kribbeln hinter meinem Kopf und dachte, jetzt sterbe ich. und habe das natürlich gemeldet, mein Kursleiter war ja Arzt, wir waren ja in der Klinik und er sagte, mein Kollege, naja, geht mit ihm zur Notfallaufnahme. Und so brachten sie mich runter in die Notfallaufnahme von der Station und dort wird man ja dann so auf eine Liege gelegt, man ist ja todkrank und es war nicht viel los, aber hinter dem anderen Vorhang war eine ältere Dame, habe ich gesehen und dieser Notarzt dort, der dort beschäftigt war, der kümmerte sich zuerst um die alte Dame und nicht um mich. Und ich dachte, die hat doch ihr Leben gelebt, ich bin hier am Sterben und er rettet mich nicht, ich war überzeugt, ich sterbe. Nichts mehr hat er Wert, wisst ihr, wenn ihr überzeugt seid, ihr sterbt, nicht mal der Ausweis, nichts mehr hat Wert. Es ist phänomenal, dieses Erlebnis. Und dann untersucht er mich natürlich, setzt mir eine Infusion an, macht mir ein EKG und was kommt heraus, alle Befunde sind letztendlich ohne Befund. Und der Doktor sagt mir, geh nach Hause. Natürlich gehe ich nach Hause, aber ich bin nicht so überzeugt, dass ich nichts habe. Und nach ein paar Tagen, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, plötzlich kommt die Panik und ich denke, jetzt sterbe ich. Mein Herz bleibt stehen, kriege Schwindel und so laufe ich, ich kann mich noch erinnern, ich parke mein Fahrrad so vor der Notfallaufnahme und renne rein. Und interessanterweise, es war derselbe Arzt und ich weiß nicht, hat der Pause oder was auch immer, stand vor der Tür. Und ich sage ihm, Herr Doktor, ich bin so, mir ist so schwindelig und sieht er mich an und sagt, hau ab, du hast nichts. Sicherlich hat mich das ein bisschen ernüchtert und da er mich ja nicht untersucht hat, konnte ich ja nicht rein und so ging ich weg. Aber es fing eine Zeit an, wo ich von Arzt zu Arzt ging. Die Panikattacken kamen, unerwartet, plötzlich. Wir waren in der Zeit, danach auf Gran Canaria und mitten im Urlaub, wir waren in einem Park und es stach plötzlich irgendwo in meine Brust und wenn es rechts stach, war es nicht so gefährlich, aber links, da war es das Herz. Und ich hatte immer diese Angst, mein Herz bleibt stehen und ich falle tot um. Und wir waren da im Park, sie haben uns die schönen Papageien und so gezeigt und ich sage, meine Frau, ich sterbe, wir müssen weg. Frauen sind ja sehr besorgt um ihr Leben ihrer Männer, so lassen sie alles liegen. Und so laufen wir da durch die Gassen dieser Stadt, wo wir waren in Gran Canaria und suchen einen Doktor. Dann kommen wir zu dem hin und er tut mich natürlich auf seine Liege da, misst den Blutdruck und sagt, macht EKG, alles ist gut, alles ist in Ordnung und gibt mir ein paar Beruhigungstabletten. Aber die habe ich nie genommen, weil ich auch eine Angst habe vor Beruhigungstabletten oder von allerhand Tabletten. Das sind so Episoden, die Panik kommt plötzlich, unerwartet und du handelst an sich und denkst, jemand kann dich retten. Es ging so weit, dass ich Angst hatte, irgendwo weit weg in die Berge zu gehen, weil ich dachte, da gibt es keinen Arzt, der mich rettet. Und so musste ich immer irgendwo in der Nähe bleiben. Und ich ging zum Heilpraktiker. Und der Heilpraktiker, der machte dasselbe wie der andere Doktor auch. Und er maßt mir den Puls und sagt, alles ist gut. Aber er hatte so eine lange Liste verschrieben an Mitteln. Und zwei Jahre lang habe ich diese Mittel, Montag und Donnerstagabend, von meiner Frau, in allerwertesten, injiziert bekommen. Und ich spüre sie jetzt noch. Immer so 10 Milliliter. Manchmal mehr als 10 Milliliter. Und sicher, meine Frau konnte das gut machen, sie machte es langsam. Aber trotzdem, etwa zwei Jahre lang, habe ich diese Kuren gemacht vom Heilpraktiker mit Spritzen gegen die Angst. Und irgendwann mal ging ich von Angst von Arzt zu Arzt und nach etwa zwei Jahren, drei weiß nicht wie viel, landete ich beim Neurologen. Und der Neurologe sagte, naja, sie sind bei mir nicht richtig, sie brauchen einen Psychiater. Und es war real in der Zeit, wo ich meinen Psychiatriekurs machte. Und war ja mein eigener Arzt, ja, ich mache Psychiatrie, sage ich, Psychiater brauche ich keinen. Und so habe ich aufgegeben. Ja. Und die Frage ist, warum hatte ich? Und hin und wieder kommt die Panik, wisst ihr das? Sie ist nicht etwas, was angekündigt kommt. Aber sie hat heute natürlich keine Chance mehr, auch wenn der Gedanke kommt, er geht nicht weit. Aber der Gedanke darf ja kommen. Die Frage ist nur, was mache ich mit ihm? Und kann ich ihn kontrollieren oder nicht? Die Menschen, die Angst haben und immer mehr Angst haben, können ihre Angst nicht kontrollieren. Entweder sie können nicht mehr aus dem Haus oder sie können nicht mehr in die Gesellschaft. Ein Patient von mir, welcher sich operiert hat lassen an der Nase, weil er dort einen Krebs hatte. Sein Krebs kam nicht wieder, aber dafür entwickelte er Angst. und alles, was irgendwie eingeengt ist, auch wenn er es nur im Fernseher sieht, macht ihm Angst. Ja, er ist sehr geplagt. Und ich sage manchmal, was ist besser, Krebs oder Angst? Und ich muss euch sagen, wenn es etwas Schlimmes gibt, dann ist das die Angst. Ich glaube, fast ist das eines der schlimmsten Symptome, die ein Mensch überhaupt haben kann in seinem Leben, weil sie sowohl auf der geistes- und psychischen Ebene ihn sehr quälen, aber Angst fühlt sich furchtbar an. Ja, Angst fühlt sich sehr, sehr schlecht an. Wie ich gestern Abend schon sagte, Angst ist ein ein Symptom, ist eine Krankheit, die immer mehr zunimmt. Aber warum entsteht sie? Woher kommt sie? Können wir sie bewältigen oder nicht? Weil ich denke, es ist wichtig, dass man sie bewältigt. Weil kann ich es nicht bewältigen, dann wird sie mich bewältigen. Das heißt, sie wird mein Leben zerstören. Ich habe gestern Abend versucht zu zeigen, ein grundsätzliches Prinzip unseres Lebens, wie unser Geist und unser Körper zusammenwirkt. Und aus diesem Zusammenwirken verstehen wir, warum wir Angst oder Furcht im Leben brauchen. und was ist eine Angst, die gesund ist oder eine Angst, die nicht krank ist und eine, die krank aus der Krankheit kommt. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir in unserem Leben eine Richtung haben. Wir können immer nur in eine Richtung gehen. Und die Richtung ist Gewinn. wir müssen in allem, was wir tun, einen Gewinn haben. Und das ist ganz okay, das macht uns nicht krank. Wir müssen aber auf jeden Fall in unserem Leben Verlust immer vermeiden. Der Verlustgedanke ist entscheidend für das Nein im Leben. Wir werden nie zu einem Gewinn Nein sagen können und wir werden nie zu einem Verlust Ja sagen können. Das ist nicht möglich für den Menschen, weil er nicht anders kann. Er hat keine Wahl. Er muss für jedes Ereignis, das er als Gewinn berechnet, Ja sagen und er muss für jedes Ereignis, das er als Verlust sieht, ein Nein haben. So, wir brauchen eine Richtung. Wäre das nicht so, hätten wir keine Richtung. Könnten wir in Richtung Verlust freigehen, dann gäbe es wirklich keine Richtung. Stellt euch vor, wir könnten Verlust uns selber machen. Dann könnten wir bei Rot über die Ampel fahren. Wir würden uns nicht fürchten, weder wegen dem Unfall, noch wegen dem Blitzer, der uns dann eine Rechnung und ein Fahrverbot bringt. Rechnung ist Verlust, oder? Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Stellt euch vor, der Chirurg hat keine Angst beim Operieren. Das heißt, er operiert und sagt, naja, wenn ich jetzt auch den Nerv noch mitnehme oder die Halsschlagader mit raus, es macht ja nichts, es ist ja nicht Verlust. Ja? Wäre das gut? Sicherlich, es gäbe keine Richtung. Würde der Mensch nicht den Verlust Gedanken haben, um ihn zu vermeiden, hätte er keine Not und Hemmungen, er würde aus dem fünften Stock runterspringen, so wie wenn er spazieren ging auf der Straße, weil er würde sagen, es macht nichts aus. Das ist nicht ausdenkbar, oder? Es geht nicht. Auch die, die runterspringen von den Häusern, tun es nicht, weil sie sich Verlust machen wollen, sondern weil sie Gewinn machen wollen, sie wollen nämlich von einer Not wegkommen. So, ein Mensch kann nicht sich Verlust selber machen, es sei denn, man verkauft ihm den Verlust als Gewinn. Das ist die einzige Möglichkeit, dass er betrogen wird, aber er hat ein Nein für den Verlust. Deshalb können wir Chirurgen vertrauen, sie verletzen uns nicht, sie versuchen ihr Bestes zu tun, nicht unbedingt um unser Leben zu schonen, sondern ihr eigenes. Weil wenn sie dann einen Fehler machen, der Fehler nimmt ihnen die Betriebserlaubnis und dann haben sie keinen Job, so wie beim Fahrer, der Angst hat, wieso kann man die Lkw-Fahrer alle stoppen, dass sie nicht zu schnell fahren, weil es gibt ja dicke Strafen dafür und Fahrverbot und Geldverlust und das wollen sie alle nicht erleben. Der Mensch braucht den Verlustgedanken, er muss zum Verlust Nein sagen können. Deshalb gibt es also zwei Möglichkeiten, die wir haben, um Angst oder Furcht, vielleicht nennen wir sie so einfach technisch halber. Furcht ist per Definition eine kalkulierbare Größe. Das heißt, ich kann den Schnitt vermeiden, wenn ich vorsichtig bin. Ich kann auf die Bremse drücken, bevor es rot wird an der Ampel. Ich weiß, wenn ich aus dem zweiten Stock aus dem Fenster springe, gibt es eine Konsequenz. Es ist eine berechnende Situation. Furcht ist Vermeidung von berechnenden Situationen. Vermeiden Das heißt, ich kann Nein sagen von Situationen, die berechenbar sind. Das heißt, Dagegen würde ich die Angst nehmen und die Panik. Sie sagt, was ist das für ein, wie würden wir es definieren? Also ich kann die Situation nicht vermeiden, weil ich sie nicht berechnen kann. Also eine nicht berechenbare Situation. aber ich muss sie ja vermeiden, weil wir so gemacht sind. Wir müssen es vermeiden, aber ich kann es nicht berechnen. So macht es mir einfach eine totale Unsicherheit. So diese Furcht hat eine Konsequenz und zwar gibt sie mir Sicherheit. Okay? Ich kann es berechnen, das hier ist Sicherheit. und Sicherheit schadet uns nicht. Aber Unsicherheit ist doch etwas, was uns schadet, oder? und so wenn ich etwas nicht berechnen kann, schon muss ich es muss ich mich davor fürchten. Es gibt ja viele Patienten, es gibt ja heute einen modernen Doktor, der heißt Dr. Google. Habt ihr schon mal konsultiert? Dr. Google ist Doktor in allen Fächern und wenn die Patienten zum Arzt kommen, dann wollen sie die Diagnose wissen. Wisst ihr, warum sie sie wissen wollen? Damit sie googeln können. Und was macht Dr. Google? Macht er Freude oder Angst? Ich muss euch sagen, Dr. Google ist ein großer Angstmacher, weil er bringt noch mehr Unsicherheit wenn man die Diagnose eingibt, wenn man all die Meinungen so sieht, was da rauskommt, dann führt es zu mehr Unsicherheit. Und diese Unsicherheit ist natürlich schrecklich. So weiß ich, was passieren kann, kann ich Angst oder Unsicherheit ausschließen? Habe ich Sicherheit? Weiß ich es nicht, kann ich es selber nicht vermeiden? Habe ich Unkenntnis, dann bin ich ein Opfer meiner eigenen Kalkulation. So, jetzt ist die Frage, was können wir berechnen und was können wir nicht berechnen? Kann ich heute berechnen, ob ich einen Herzinfarkt bekommen kann oder nicht? Wieso nicht? Kann ich berechnen, ob ich Krebs bekommen kann oder nicht? Warum denn nicht? Was heißt vorbeugen? Wir haben gesagt, wir haben ein Nein für Verlust, wir müssen also Verlust vermeiden. Wann können wir ihn nicht vermeiden? Wenn er nicht in meiner Macht steht. Okay? Ich kann nicht vermeiden, dass hier jemand reinkommt und mir eine Ohrfeige gibt oder was auch immer. Das kann ich nicht vermeiden. Das steht nicht in meiner Macht. Aber alles, was in meiner Macht steht, kann ich vermeiden. So, deshalb muss ich wissen, was steht in meiner Macht und was steht nicht in meiner Macht. Was glaubt wie viel Prozent der Dinge unseres Lebens stehen in unserer Macht und wie viel stehen nicht in unserer Macht? So, in Prozent. Du würdest sagen, 75 stehen in unserer Macht. Hat jemand eine andere Rate? also 25 wären da nicht uns bedingt. Hat jemand noch eine andere Meinung? Krebs steht in welcher Macht? In meiner oder nicht in meiner Macht? Der Herz Infarkt? Verbetis? Panikattacken? In welcher Macht steht das? Oder wer kann das kontrollieren? so der Prozentsatz, was in meiner Macht ist, ist viel höher, als ich es weiß. Ja, ich würde mehr wie 90 gehen, ich würde mehr wie 95 Prozent gehen. Der Mensch weiß nicht, dass das Leben in seiner Hand steht, dass er das meiste, wenn er es wüsste, was es Verlust ist, vermeiden könnte. Aber er hat einen Denkfehler und wir werden diesen Denkfehler in diesen Tagen häufig noch oder auch morgen noch mal sehen. Der Mensch denkt, er besitzt etwas. Wir haben ja gestern gesagt, der Mensch, der mit der Zeit ein Problem hat, denkt, die Zeit ist sein. Oder? Aber gehört die Zeit jemandem? Ich denke, es ist ein Irrtum des Denkens, dass der Mensch sagen kann, die Zeit ist mein. So, die Frage ist, was ist das, was ich berechnen kann und nicht? So, ich brauche also ein bisschen mehr Kenntnis, um zu wissen, was ich berechnen kann, weil wenn ich sagen kann, Krebs kann ich nicht hundertprozentig berechnen, dann muss ich vor Krebs was haben, Angst, Unsicherheit, ah, irgendwo wächst ein Knötchen und ich muss rennen und ich muss es rausschneiden lassen, zu sehen, ob es Krebs ist oder nicht. Wann habe ich Angst vor dem Krebs? Wann habe ich Angst vor irgendwelchen Krankheiten? Wenn ich nicht weiß, wie sie entstehen, oder? Und das versuche ich halt klarzumachen von dem, was ich in den letzten neun Jahren gelernt habe in meiner Praxis, dass diese Krankheiten vermeidbar sind, weil sie haben eine genaueste Ursache, die vermeidbar ist, die muss nicht sein, wenn der Mensch es versteht. Und das ist das Traurige an der ganzen Geschichte in der Medizin, was wir denken, es ist nicht vermeidbar. Und gibt es Leute, die haben Krebsangst? Oh ja, es muss nur mal eine Sendung im Fernsehen sein, voll Kerk-Kopf-Krebs, und dann am anderen Tag kommen die Leute, Herr Doktor, es ist irgendwas im Hals. diese Tage hatte ich eine Patientin, die war vor vier Jahren, 2008, fast fünf, bei mir, und sie kam mit diesem Kloß im Hals. Wisst ihr, der Kloß ist immer Angst? Jeder, der mit einem Kloß kommt, sei denn, er hat sich verbrüht oder sowas. Er sagt, es tut nicht weh, aber so, wie wenn man etwas dort hat und es geht nicht runter. Ja, so verschleimt im Hals machen, und dann muss man räuspern. Ist nicht anders als eine Angst, die sich körperlich manifestiert. Es ist eine leichte Unsicherheit, die der Mensch hat aufgrund einer Situation. diese Patientin, die vorgestern bei mir war, sagte, ja, damals haben sie mich ja, sagt sie, ich dachte, sie sind Hellseher. Ja, ich versuche das zu vermeiden, dass jemand denkt, ich bin Hellseher. Das nimmt mir den Haufen Autorität weg. Ich kann nur das Symptom bewerten. Ich weiß, woher das kommt, ich weiß, warum es kommt. Sie kam mit diesem Kloß und ich sagte, ja, sie müssen Angst haben. Wo was haben sie Angst? Und sie sagte, naja, seit sechs Wochen, seit sechs Monaten ist meine Mutter an Krebs erkrankt. Da war die Sorge um die Mutter. Kann ich über das Leben der Mutter bestimmen? Ja oder nein? Nein. Wenn ich will, wovon führt es mich? Zu Sicherheit oder zu Unsicherheit? Unsicherheit, das heißt, ich will dann unbedingt das Leben eines anderen kontrollieren und ich versiere was mit meinem Leben? Mein Leben kommt in Not. Und sie sagte, der Kloß ging dann schnell weg, nachdem sie wusste, um was es geht, weil sie konnte es ja dann einordnen. deshalb die Frage ist die, haben wir, wie viel können wir vermeiden und wie viel können wir nicht vermeiden? Ich hatte diese Tage auch so einen interessanten Fall, einer jungen Frau, knapp über 40, mit Brustkrebs auf der rechten Seite. seit 2011. Sie sagt, sie hat den schlimmsten der Brustkrebs ist operiert worden, bestrahlt, Chemotherapie und sie ist eine junge Frau. Und sie kam, weil sie seit zehn Tagen einen Ton auf ihrem linken Ohr bekommen hatte, ein Tinnitus. Und sie wollte ihr Hören prüfen. So, passt das zusammen? Der Tinnitus links, der Brustkrebs rechts, passt wunderbar zusammen, dieselbe Hirnhälfte, aus derselben, kommt aus derselben nervösen Steuerung und die Frage ist, gibt es einen klaren Grund und kann dieser Grund wieder behoben werden? Kann diese Frau frei sein von der Ursache ihres Krebses oder nicht? oder muss sie jetzt bangen und in Angst leben? Hoffend, vielleicht oder vielleicht nicht. Und hier denke ich, ist es so wichtig, dass wir Gesetzmäßigkeiten haben, auf die wir uns verlassen können. Weil Gesetzmäßigkeiten geben was? Sicherheit. Sicherheit macht mich, dass ich weiß, was ich tun muss, um etwas zu vermeiden. Ich vermeide es, dann habe ich keine Folge, die ich da nicht kontrollieren kann, weil den Krebs selbst ist eine Folge, die man nicht kontrollieren kann. So wie der Kopfschmerz, in dem Moment, wo er da ist, ist er da. Aber er hat einen Grund, warum er kommt. Kann ich ihn vermeiden? Habe ich keine Angst. Habe ich keine Unsicherheit. Und ich muss euch sagen, in 90% der Fällen in der Medizin denken wir, wir wissen nicht, warum der Mensch krank wird. Und in den anderen Fällen denke ich, wissen wir es nicht richtig. Aber wir setzen so viel Unsicherheit in den Patienten, dass ich manchmal denke, der Arzt ist ein Angstmacher. Ja, vielleicht nicht ein bisschen zu stark betont, aber nicht wenige Ärzte sagen, naja, wenn wir das nicht machen und das nicht machen oder nicht. Und der Mensch wird dann sehr unsicher. Ich habe eine gute Bekannte, die ein bisschen älter ist und sie hat zweimal Synkopen gehabt, das ist plötzlich umgefallen. und jetzt haben sie so einen Monitor ins Herz oder unter die Haut gebaut, also nicht ein Chip, kein Schritt machen. Er soll nur aufnehmen und messen, so ein Dauerecker G, dass man sieht, naja, wenn sie irgendwas hat, dass man sieht, was ist los. Aber was hat man, wenn man weiß, was los ist? wieder Angst, man hat auch nichts, weil ich kann ja das nicht vermeiden mit dem Ding da hinten. Ich habe eine Patientin, die kam mit ihrem kleinen Kind und weil sie irgendwelche Bronchitiden hatte, Bronchitis erkrankt, haben sie so einen Monitor angetan, den sie ein halbes Jahr tragen soll, damit sie nicht irgendwie beim Schlafen in Luftnot kommt. Bringt das Angst der Gerät, das man einfach beobachten soll? Es ist alles sehr unnatürlich und führt nicht zu einer Sicherheit der Mutter, die ja sehr wichtig wäre für die Entwicklung des Kindes. Sicherheit ist ein großes, großes, eine große Bedürfnis des Menschen. Nimmt man sie ihm, kommt man in die Angst. Es ist entscheidend, dass wir ein wenig kennen, was kommt woher. Das, was mir geholfen hat, zu verstehen, woher der Krebs kommt, und ich konnte bei dieser Patientin, die jetzt bei mir war, deutlichst wissen, warum sie sowohl ihren Krebs hatte und ihren Tinnitus, weil es eine Gesetzmäßigkeit dahinter steckt. Und ich habe sie eingeladen, dass sie kommen zur Beratung, dass ich mit ihr spreche, aber sie selbst hat mir schon sehr viel verraten über ihre Lebensgeschichte und ihre Lebensgeschichte passt genauestens. Ich hätte sie vom Brustkrebs ablesen können, woher es kommt. Das heißt, es ist ein Input oder eine Denkweise, die den Menschen steuert, die ihm die körperliche Krankheit macht. Und was ich festgestellt habe, was wir heute wissen, die Panikattacke, die Angst ist auch eine körperliche Krankheit. Aber wie entsteht sie? Und da möchte ich ein bisschen in die Anatomie und Physiologie gehen, in unser Gehirn, weil wenn wir das verstehen, dann können wir es besser einordnen, müssen noch ein bisschen Material durchgehen, nicht nur Philosophie machen. Wir haben also in unserem Gehirn im Wesentlichen zwei Teile, die wir verstehen müssen. Und unser Gehirn ist so aufgebaut, dass es eine Hirnrinde hat, das ist die Hirnrinde. Die Hirnrinde ist eine riesige Fläche, nur zwei, also vier bis fünf Millimeter groß und wenn man sie aufdehnen würde, wäre sie sehr groß. und wir haben zwei davon, eine rechte und eine linke und sie beide sind anatomisch nicht miteinander verbunden, sie arbeiten unabhängig, wenn man so will, sie haben keine Brücken. Würde man unser Gehirn in der Mitte zerteilen, dann würde man die Hirnrinde nicht trennen voneinander. Sie bliebe ein Stück. Und die Hirnrinde, in der Hirnrinde ist der ganze Mensch zusammengefasst. Der ganze Mensch ist zusammengefasst, in einer Hirnrinde die eine Hälfte und in der anderen Hirnrinde die andere Hälfte. Alle Kommandozentren, die wir in der Hirnrinde haben, steuern den Menschen und steuern alles. Ich sprach diese Tage mit einer Patientin, die hatte einen eingewachsenen Zehnagel und sie hatte sich ihn operieren lassen und nach ein paar Tagen hatte sich das infiziert. Und warum infiziert sich der operierte eingewachsene Zehnagel? Woher kommt der eingewachsene Zehnagel? Es ist ganz deutlich, dass das Zentrum, das das Einwachsen des Zehnagels macht, von hier kommt. Hier wird der Befehl gegeben, dass der Zehnagel einwächst. Das sind nicht die Schuhe. Die Schuhe können das nicht tun. Die Schuhe können eine Druckstelle machen, aber nicht etwas wachsen machen. Der eingewachsene Zehnagel ist eine Steuerung. Die kommt von der Hirnrinde. Was wir hier tun, kommt alles von der Hirnrinde. Unsere ganze Bewegung, alles was ich tue, ohne Hirnrinde kann ich es nicht tun. Der ganze Mensch ist in der Hirnrinde zusammengefasst und er wird über Leitungen gesteuert. Müsst ihr euch das so vorstellen, wir haben hier eine riesige Fläche und aus dieser Fläche kommen Kabel runter. Kabel. Nicht Chemie, Kabel. So, und diese Kabel nennen wir in der Medizin oder in dem Körper, wie nennen wir sie? Das sind Nerven. So, der Mensch ist ein Nervenbündel. Das ist so eins. eine Menge von Nerven. Und diese Nerven gehen von der Hirnrinde aus überall in den ganzen Körper. Sie kommen dann aus, wenn sie aus dem Hirn rauskommen, gehen sie auf die rechte Seite, die links und die anderen gehen auf die linke Seite und unterwegs im Zentrum des Gehirns, haben wir dann andere Kerne, Thalamus, Hypothalamus, wie wir sie nennen, zusammengefasst ist, dass das limbische System und das limbische System ist dort, wo unsere Hormone gebildet werden. Hier ist Hormone und Hormone sind Chemie. Hier wird die Chemie gebründet. mit was funktionieren die Nerven? Welches ist die Energie, mit der ein Nerv funktioniert? Das ist Elektrizität, das heißt, wir sind elektrische Wesen, hier ist Elektrizität und Chemie. Das sind die zwei Mittel, mit denen wir funktionieren und unsere Gefühle und Angst unsere Gefühle und die Panik und Angst entsteht hier. Und wir können aber hier unten nichts spüren, nichts wissen, weil nur in der Hirnrinde haben wir eine Wahrnehmung. Weil hier an der Oberfläche der Hirnrinde, ich weiß es nicht, wie es ist, aber es muss es sein, ist der Geist des Menschen, der die Dinge wahrnimmt. Er ist der jenige, der die Hirnrinde bewegt, er ist der jenige, der Elektrizität produziert, das zeige ich auf den anderen DVDs, wer es sehen will. Und aufgrund des Inputs der Elektrizität wird in unserem limbischen System die Chemie und die Hormone gebildet. So, wenn wir nach der Ursache fragen müssen, müssen wir hier oben schauen. Das hier ist nur Ergebnis, es ist eine Folge, es ist eine Reaktion auf das, was von oben kommt. Das hier hat sicherlich, wir haben hier unsere Instinkte, unsere Appetit und Leidenschaft, hat auch seine, man kann sagen, sendet gewisse Wünsche und Nöte hoch an die Hirnrinde, an den Geist, dass er dort etwas erfüllt, aber es kann nicht bestimmen. Ja, so, ob das hier unten richtig funktioniert, ist wesentlich entscheidend, dass hier oben der Input richtig ist. Und sicherlich gibt es einen Kreis, letztendlich, ich vermute das, ich habe es noch nicht wirklich selber, kann es noch nicht so wirklich beweisen, aber bei der Entstehung des Schmerzes sind wahrscheinlich nur Stoffe hier im Hypothalamus verantwortlich, damit wir hier oben Schmerzen finden. aber wir empfinden Schmerz im ganzen Körper, an diesem Gelenk, an jedem Gelenk und wir finden nichts an den Gelenken. Das heißt, das Kommando ist nur zwischen hier und hier, aber alle Gelenke habe ich hier oben, weil ich spüre Schmerz nur hier. Ich habe mich diese Tage unvernünftigerweise geschnitten und sicherlich gibt es hier eine Reaktion an meine Haut und wenn ich hier ein bisschen drücke, dann tut es weh. Aber wo tut es weh? Hier oder hier? Wo empfinde ich den Schmerz? Ja, so ich kann den Schmerz nur hier empfinden, weil nur oben habe ich eine Empfindung. Würde ich die Verbindung nach oben unterbrechen, könnte ich hier drücken und machen, was ich will, ich würde nichts spüren. Ja, so alle Empfindungen, alles was wir fühlen, schmecken, riechen, ist eine Aktion des Geistes. Er nimmt die Dinge wahr. So, aber das Thema ist jetzt Angst. Wir wollen wissen, wie entsteht die Angst und die Panik. Was ist ihr Grund? und es ist letztendlich derselbe Grund, der auch für die für den Krebs zuständig ist oder für den Zucker oder für die Herzinfarkt, auch immer wir es nehmen wollen, weil der Input hier oben ist derjenige, der die Sache auslöst. Und ich habe das festgestellt daran, dass ich in meiner Praxis am Anfang nicht so systematisch, aber heute mache ich systematisch, die Krankheitsgeschichte und die Lebensgeschichte des Menschen nebeneinander tue. Ich habe hier alle Symptome, die der Mensch hat in seiner Krankheit und ich tue daneben seine Lebensgeschichte und seine Lebensgeschichte erzählt mir die Symptome. Und wenn man das tut mit, ich habe es mindestens mit 4000 Patienten so getan, dann weiß man und kennt den Körper und weiß, warum er krank ist. Weil man kann dann mit der Zeit die Geschichte ablesen vom Körper, die objektiv ist, die letztendlich der Patient subjektiv erlebt hat in seinem Leben. So, was ist die Ursache der Panik und Angst? Ich erkläre sie, wie sie war in meinem Leben. Mir hat sie aber damals niemand erklärt. Ich wuchs auf in einer Familie, wo sich Vater und Mutter nicht verstanden hatten. Als ich acht war, trennten sie sich und ich wuchs weiter auf nur mit der Mutter. Wir waren vier Kinder. Ich bin der Zweitgeborene. Als Zweitgeborene sagt man ja, die sind am empfindlichsten und ich war es auch, ich hatte die meisten Krankheiten. Meine Brüder, meine Schwester wurden auch krank, aber nicht so schlimm wie ich. Jeder hatte so sein Wehwehchen. Als Kind das Bett Essen, dann später die Zähne, dann die Migräne. Eine Woche, nachdem meine Eltern sich getrennt hatten, bekam ich Hepatitis B. Und ich habe inzwischen nur nach meinen Vorträgen drei weitere Patienten oder Leute, die haben mir erzählt, ich bekam sie einen Monat nach der Trennung und das andere war auch in kurzer Zeitraum nach der Trennung der Eltern bekam das Kind Hepatitis B. Aber sowas haben wir in der Medizin untersucht. Solche Geschichten haben uns nie Mühe gegeben zu sehen, ob sie da sind oder nicht, weil wie soll man das dann scannen? Und so es ist doch erstaunlich. Auf jeden Fall leidet ein Kind, wenn die Eltern sich nicht verstehen. Ja? Ja, bewusst oder unbewusst? Nun, beides ist gut, aber es ist meistens unbewusst. Schaut, ich war damals acht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich gelitten hätte. Aber ich habe die Hepatitis trotzdem bekommen. Vielleicht ist meine Erinnerung nicht groß genug, ich weiß nicht für die Zeit, aber ich habe nicht so eine Erinnerung. Ich weiß, ich war gegen einen Vater eingestellt und hatte meinen Konflikt mit ihm, weil die Mutter gegen den Vater war. Und wenn wir dann im Ferien beim Vater waren, der war natürlich gegen die Mutter, da mussten wir uns mit ihm gut tun. So kamen nach Hause und erzählten wir das der Mutter und so gab es einen Krieg. Und dann nachher nach der Heirat habe ich geheiratet und war nicht der glücklichste auch die Geschichte ist irgendwo zu finden und ich kann heute zurück empfinden warum ich Panik bekam die Situation im Krankenhaus war nicht wirklich das Problem obwohl ich ein Hypochonder so bin von Natur es war nicht der Tod dieses Mannes der mir die Krankheit brachte er war nur der Auslöser er hatte nur etwas in mir gekleckt ja da kam ein unberechenbares Problem und ich nahm wahr plötzlich ich bin sterblich das weiß man als zehnjähriges nicht wisst ihr das wenn plötzlich war hallo ich lebe und mein Leben kam in einer Sekunde weg sein und dann bekommt man wenn man nicht die Dinge einordnen kann einschätzen kann Angst so ich bekam aber die Angst und konnte und hatte nicht das ausgeglichene Fähigkeit über diesen Dingen zu tun weil ich eine Beziehungsstörung hatte die eine war dass meine Mama ihre Not hatte und ich weiß nicht ob sie nicht in der Zeit gerade anfing mit ihrer Depression und ich war unglücklich in meiner Ehe und in allen meinen Patienten Befragungen bei denen die Angst hatten kam ich immer auf den gemeinsamen Nenner es gibt ein Beziehungsproblem es gibt einen Konflikt mit jemandem es gibt eine Unzufriedenheit und die Unzufriedenheit kommt weil der Mensch sagt jemand macht mir Verlust jemand macht mir Verlust und diese Beziehungsproblematik führt zu einer Denkweise des persönlichen Verlustes und der persönliche Verlust macht im limbischen System nicht die Produktion eines Hormons das uns glücklich macht das heißt das uns wohlfühlen tut und dadurch kommen wir in den Mangel vielleicht noch einmal das zu erklären wenn dass ihr seht wie das passt wenn ich hier oben in meinem Geist denke ich habe einen Gewinn was für Hormone werden produziert gibt es einen Menschen der Gewinn denken kann und sich schlecht fühlt gibt es das gibt es nie gibt keinen Menschen je größer der Gewinn umso größer das Gefühl aber nehmen wir jetzt einen Verlust sehen auch deine Parallelle je größer der persönliche Verlust umso schlimmer das Gefühl so der Körper mag nicht das Verlust denkt er kann persönlichen Verlust nicht ausstehen für ihn ist das eine Qual und wenn man Beziehungsprobleme hat hat man Verlust man hat nicht Gewinn wenn man keine Beziehungsprobleme hat was hat man hat man Gewinn wenn in der Beziehung alles gut läuft und der Partner nicht ganz krank ist weil es gibt auch da Probleme der Partner mag sein die Partnerschaft sehr gut aber der eine Partner ist krank so der andere hat was der Gesunde hat einen kranken Partner rechnet er das als Gewinn oder als Verlust als Verlust weil er kann ja jetzt nicht Skilaufen gehen oder kann nicht dahin gehen oder ja und so leidet er und ist selbst krank weil er nicht von dem anderen das haben kann was er sich so gerne wünscht so aus dieser Situation entsteht der Konflikt und ich muss per Gesetz mich gegen Verlust wenden kein Mensch kann sagen naja super ich habe Verlust okay er muss dagegen was tun deshalb bringt dann der der den kranken Partner hat den Partner zum Doktor und will dass er unbedingt gesund wird warum weil es ihm besser geht dass er endlich aus der Verlustzone rauskommt ja ihm ist das nicht sehr bewusst aber deshalb tut er es weil wir können im Verlust nicht bleiben das ist das kann keiner das kann sich auch keiner wählen zu sagen nein ich muss alles was ich als mein Geist als Verlust berechnet da raus so deshalb die Angst entsteht aus einem Beziehungskonflikt so wenn ich jetzt Platzangst habe oder ein Waschzwang wisst ihr Waschzwang ist auch Angst ja wovor habe ich Angst bitte vor Bakterien ja dabei sieht man die Dinger nicht einmal und sie sind so winzig man müsste nicht einmal Angst haben vor ihnen aber dadurch dass wir eine Information haben über Bakterien wie gefährlich sie sind ja dann fangen die Leute an und müssen ständig sich ihre Hände waschen ja nach jeder Sache oder im Haus müssen sie alles desinfizieren und ja das das ist Angst das ist Angst ich muss Verlust vermeiden aber ich kann nicht weil ich sehe nicht ich kann es nicht nicht machen aber diese Angst kommt nicht wegen dem Bakterium sondern sie kommt weil ich irgendwo eine Beziehungsstörung habe deshalb wenn ich heute mit Patienten mit Angst zu tun habe dann will ich nicht denen sagen das was die Autosuggestion macht du musst keine Angst haben es ist ja da niemand und dein Herz bleibt nicht stehen mach dir keine Gedanken und ich sage das auch ich lache also ich lächle wenn weil ich mich wiedererkenne in solchen Situationen und dann sage ich alles klar es es gibt keinen Grund zur Angst und wenn man Arzt ist hat man ja noch ein bisschen mehr Autorität das ist ja schön man wird vielleicht ein bisschen mehr geglaubt dass es doch keine Angst haben muss was man haben muss aber die Autosuggestion wirkt nicht dauerhaft ja ich kann nicht sagen okay du hast Platzangst jetzt gehen wir langsam in den Aufzug zunächst in den großen dann in den kleineren so bis die Angst überwindet wird oder du hast Höhenangst so gehen wir unterschiedliche Höhen bis du dahin kommst dass du das nicht mehr das ist der Kampfplatz an falschem Ort das ist etwas was nur wenn vorübergehend funktioniert es heilt den Menschen nicht so dass er die Kontrolle über sein Leben zurückbekommt was ihn heilt ist die Ursache der Angst und der Krankheit zu bewältigen und das ist es und das ist immer eine Frage eine Beziehung das ist ein Beziehungskonflikt und wenn ich den Beziehungskonflikt nicht löse wenn das nicht geklärt wird dann kann ich machen was ich will es gibt nur ein ein Zyklus das heißt die meisten Krankheiten verlaufen in Phasen oder in Schüben sie sind nicht immer gleich da so ich habe jetzt eine Rheumattacke Mensch kann nicht mehr laufen gehen und wenn du nichts mit ihm machst die Sache vergeht in den meisten Fällen mag sein bei dem einen länger bei dem anderen später sie vergeht er kann wieder laufen denkt es ist alles wieder gut aber die Attacke kommt wieder die meisten nehmen ja dann Medikamente und halten sich dann mit diesen Medikamenten die das sogenannte Immunsystem zurückhalten da aber auch die Medikamente funktionieren nur eine Weile und nach einer Weile sind sie wirkungslos und der Schmerz kommt trotzdem durch und dann was soll ich tun so Krankheiten verlaufen in Phasen so auch die Angst ein Angst Mensch muss nicht die ganze Zeit Angst haben es kommt und es geht bessere Phasen schlechte Phasen weil es soll ja nur ein Signal sein ich soll ja nur eine Sache begreifen die in meinem Leben wichtig ist ich muss die Botschaft des Körpers verstehen so wie ich Hunger verstehe muss ich Angst verstehen so wie ich Hunger verstehe muss ich Schmerz verstehen ich muss wissen warum er da ist und sicherlich dieser Schmerz hier sage ich ganz normal ich weiß ich habe mich geschnitten muss ich Angst haben nein weil es ist ein normaler Schmerz er heilt auch wieder und es wird wieder gut weil es gibt ja ein Reparatursystem so nenne ich das Immunsystem ein Reparatursystem es repariert den Schaden den wir machen so ich muss also an die Wurzel des Übels kommen und die Wurzel des Übels liegt nicht hier hier ist nur die Folge die Wurzel des Übels liegt in meiner geistigen Annahme und die liegt in meiner Beziehungsstörung deshalb ist es so schwierig mit Angst umzugehen weil wir können nicht die Angst bekämpfen schaut ich möchte auch nicht den Krebs bekämpfen es macht nicht viel Sinn gegen eine Krankheit zu kämpfen es macht aber Sinn die Ursache wegzunehmen weil dann verschwindet ja auch die Folge es sei denn sie ist schon sehr fortgeschritten und man kann nichts mehr tun der Berg ist schon das heißt die Lawine ist schon losgegangen und den Punkt gibt es auch deshalb ist es wichtig dass man weiß zu welcher Zeit man was tut damit die Lawine dann nicht zu spät ist um etwas zu ändern aber in den meisten Fällen denke ich ist es nicht zu spät würde man dann wenn man die Krankheit hat sofort sagen okay diese Krankheit hat eine Ursache es ist nicht Schicksal meiner Gene es ist nicht Schicksal meiner Eltern es ist nicht es ist ein Problem das ich übersehen habe in meinem Leben ich kümmere mich darum ich gucke nach der Gesetzmäßigkeit und ich erledige es ja so deshalb gehe ich bei Angst auf die Beziehungen ein und ich finde klärt man die Beziehungen klärt man die Angst verschwindet so wie die Flut nach dem Regen wenn es nicht mehr regnet ich muss nicht mit dem Wasser mich kämpfen ich muss nur schauen dass die Zufu des Wassers irgendwo aufhört ihr kennt vielleicht die Karikatur die war in medizinischer Fachzeitschriften da ist ein OP abgebildet und in diesem OP arbeiten Ärzte und Schwestern und sie arbeiten mit Wischmopp und Eimer und wischen das Wasser auf und im Eck der Karikatur läuft das Waschbecken über ja so und diese Karikatur beweist sehr gut oder zeigt sehr gut was wir in der Medizin manchmal versuchen wir wischen Wasser auf wir drehen den Haar nicht zu ist nicht sehr klug aber wisst ihr warum wir den Haar nicht zudrehen weil wir nicht wissen wo er ist weil wir nicht wissen wo der Haar ist weil wüssten wir es dann würden wir es doch tun oder die große Schwierigkeit mit der wir zu tun haben ist die dass nur der Mensch selbst ist in der Lage weil es ja sein eigenes Denken ist sein eigener Geist wenn er die Sache versteht den Wasserhand zuzufinden und so ist man als Arzt da und kann nur beraten aber kann der Patient es verstehen und tut was der Arzt ihm sagt dann ist die Sicherheit schon da dass er seine Krankheit los wird aber er muss verstehen dass es in seinem Bereich der Aktion liegt nicht im Bereich eines anderen wenn ich denke jemand könnte mein Leben retten dann der habe ich ja nicht sehr gesund denkt ja ich muss wissen dass es nicht hundertprozentig in meiner Hand liegt mein Leben ja es gibt da die 5% oder wie viel da kann ich nichts für was passiert aber könnte ich für die 95 schon etwas tun wäre das ja schon mal ein großer gewinnen oder nicht weil uns bringen nicht die 5% um uns bringen die 95 Prozent die Krankheiten die wir haben die Nöte die wir haben liegen in unserem Bereich nicht im externen Bereich das ist ja das Traurige aber da der Patient es in den externen Bereich legt ob es Keime sind oder was auch immer es ist hat er ja keine Wahl die Information die er hat mit erlebt er die Information die er glaubt die tut er setzt er um so der große Kampf den ich habe mit meinen Patienten ist es ihnen klar zu machen es gibt den Wasserhahn und der liegt nicht in meiner Hand ihn zu drehen den kann nur jeder selbst drehen deshalb muss er es verstehen aber wenn er es verstanden hat kriegt er Kontrolle er bekommt Sicherheit schaut als großer Angst Mensch bin ich sehr dankbar ich habe die Angst nicht vor schwierigen Krankheiten nicht weil ich sage naja ich bin erst noch jung knapp 50 noch nicht ganz 50 aber ich sehe schon die meisten viele Krebs Krankheiten kommen schon vor den 50er Jahren und viele schwierige Krankheiten kommen schon davor so es ist nicht das alte wirklich sicherlich liegt da auch noch das da dass jemand großes Interesse hat an unserem Leben und in manchen Fällen uns hilft dass trotz unserer Fehler wir nicht sehr große Konsequenzen haben ich meine das damit Gott in unserem Leben das können wir nicht so ganz berechnen aber was wir berechnen können ist ich habe keine Angst Herzinfarkt zu bekommen oder Zucker oder irgendeine Krebsart weil ich weiß wo sie kommt her deshalb kann ich es vermeiden ich kann nein sagen damit habe ich Sicherheit ich kann vor einer Bestrahlung mich nicht schützen ja dass ich irgendwo bestrahlt werde ich kann nicht vor dem Unfall mich schützen unbedingt aber ich kann von dem was in meiner Macht steht hier oben in meinem Geiste kann ich mich vor den meisten peinigenden Krankheiten schützen und vermeiden weil ich weiß wo der Schlüssel liegt und der Schlüssel liegt darin dass ich die Kontrolle über mein Leben habe aber schaut die Kontrolle die der Mensch so gern haben will über sein Leben hat er nicht weil er meint Verlust ist nicht bekommen wieso entstehen Beziehungsprobleme sie entstehen weil ich etwas nicht bekomme weil ich Verlust habe und damit gebe ich einen Input in meinen Körper durch mein Denken einen elektrischen Impuls und dieser elektrische Impuls macht eine Folge in der Hormonsituation und damit habe ich eine Last eine Not in meinem Leben und wenn es lange geht kommt irgendwann mal der Krebs oder die Panik oder was auch immer kommt aber das ist das Thema von morgen Abend warum Konflikte wohl das schwierigste sind im Leben eines Menschen wie die Beziehungssituation des Menschen ist wenn man so will sein Schicksal aber nur weil er nicht weiß wie damit umgehen sollen weil wir könnten alle richtig umgehen mit unseren Beziehungen und null Probleme haben oder solche Probleme die wir lösen können aber sind es natürlich Dinge die wir denken wir können sie nicht lösen dann ist es natürlich ein großes Problem ich begegne die Meinung der Patienten die kommen und sagen naja Herr Doktor wir haben ja jetzt die Vergangenheit die kann ich ja nicht verändern stimmt es wir können in der Zeit nicht zurück gehen die Menschen gehen erinnern und sagen ich muss dich in der Vergangenheit bringen und wir müssen dort dieses Problem den Knoten lösen damit du in der Gegenwart wieder in Ordnung bist und das das völlig unmöglich weil die Zeit erlaubt es nicht wir können der Zeit nicht zurück gehen können sie wir können uns erinnern aber wir können nicht zurück gehen aber es gibt diese Rückführungen verschiedene mystische Weise Hypnose ist eines der Dinge und die Leute setzen sich der Sache aus weil sie denken sie müssten das Problem in der Vergangenheit lösen aber Probleme in der Vergangenheit sind nicht zu lösen sie müssen noch nicht gelöst werden alles was ich ändern muss über die Vergangenheit ist wie ich sie sehe Gewinn kein Gewinn oder kein Verlust null oder persönlichen Verlust nur meine Sicht bestimmt was die Vergangenheit mit mir tut und das muss ich tun im Bewusstsein nicht in Hypnose nicht in irgendwelchen Rückführungen weil das geht nicht schaut wenn der Mensch in seinem Beziehungskonflikt die Sicht über den Konflikt nicht ändert wird der elektrische Input ständig da sein und irgendwann mal bringt er dem Körper die Krankheit früher bei dem einen und bei dem anderen später aber sie wird kommen deshalb muss ich dieses System verstehen wie unser Denken mit unserem Körper zusammenhängt und wir müssen den Sinn unserer Beziehungen verstehen wir verstehen unsere Beziehungen falsch und weil wir unsere Beziehungen falsch verstehen kommen wir in Konflikt mit ihnen anstelle keinen Konflikt zu haben in der Beziehung und weil wir in diesen Beziehungskonflikt kommen kommen wir in die körperliche Not der Krankheit deshalb müssen wir darüber sprechen warum sind Konflikte warum ist Streit das aller krankmachendste der Konflikt mit der Zeit mag uns ein bisschen Druck bringen und vielleicht macht er ein bisschen nervös weil wir schaffen es nicht zum Flughafen oder wir schaffen es nicht da pünktlich oder wir lagern uns zu viele Dinge auf aber das ist nicht wirklich sehr krankmachend und er kommt auch letztendlich aus einer Nicht-Kalkulation die der Geist hat in seinem Leben aber die Angst die Umstände nicht kontrollieren zu können ist etwas was wir auch nicht brauchen weil wir müssen nicht kontrollieren ob unser Haus abbrennt oder nicht weil wir können ja neu ausbauen oder ist kein persönlicher Verlust wir können es ja so sehen eine Chance wir haben ein Haus gebaut aber wie reagiert der Mensch ja er nimmt das sehr persönlich und das macht ihn sehr krank habe solche Patienten die solche Dinge erlebt haben was auch immer kommt in den Umständen wir müssen die Umstände nicht kontrollieren wir müssen auch nicht unseren Arbeitsplatz sichern weil er ist nicht sicher oder ist sicher wir müssen es nicht wir müssen nur verstehen welche Rolle er spielt in meinem Leben warum habe ich ihn was will ich erreichen warum tue ich was ich tue und deshalb muss ich unbedingt verstehen warum habe ich Mitmenschen zu welchem Zweck sind sie da dass ich sie aufesse oder dass ich sie gern habe weil wisst ihr aus Liebe entsteht keine Krankheit Liebe ist ein Gewinn wenn jemand jemand lieb hat wir müssen auch das wirklich morgen abend sehen was das bedeutet weil auch da gibt es ja verschiedene Sachen ich habe dich so lieb dass ich dich aufesse nicht so dann verstehen wir dass das nicht Liebe ist aber der der lieb hat der gibt seinem Körper einen Input der hier gute Hormone produziert ja und damit Krankheit nicht entstehen kann die Krankheit ob es Krebs ist oder Panik und Angst entsteht aus einer Konfliktsituation wo ich nicht mehr lieben kann wo ich mich gegen das was ein anderer tut wehre aber das ist ein sinnloses werden weil ich kann ja über einen anderen nicht bestimmen obwohl ich es gern möchte so die Lösung der Problems ist ich muss in meinem Geist fähig sein zu verstehen wie ich funktioniere ich muss wissen was bringt meinem Körper die richtige Kraft dass er richtig funktionieren soll sowohl auf Nahrungsebene als auch auf Gedankenebene und wenn meine Geistesebene meine Beziehungsebene in Ordnung ist dann kann ich wissen dass mir körperliche Krankheiten die ich vorher genannt habe mir fernbleiben werden wenn die Beziehungen ihren richtigen Platz haben und ich sie nicht für das könnte fast sagen missbrauche für was sie nicht gemacht sind deshalb müssen wir morgen abend schauen weil die Konflikte sind unsere Not glaubt ihr es gibt einen Menschen der nicht streitet würdet ihr gerne ein Mensch sein der nie mehr streitet ich sage euch ich bemühe mich schon eine ganze Zeit und ich werde euch erklären morgen abend wie ich das tue aber es hat sich schon sehr vermindert der Streit in meinem Leben und der Konflikt ich möchte eines Tages völlig streitfrei sein weil dann weiß ich gebe ich meinem Gleib meinem Körper nie mehr einen falschen Input und der Input ist dann gut dann brauche ich mich nicht zu fürchten vor irgendwelcher Krankheit auch nicht vor Krebs auch nicht vor irgendwelchen Sachen die ich nicht berechnen kann weil ich weiß dass mein Körper als erstes einen elektrischen Input braucht und elektrische Input kommt wie ich meine Beziehungen sehe und handhabe das kommt von meinem denken denken weil Beziehungen sind Gedankenebene und diese Gedankenebene muss stimmen sie muss körpergerecht sein dann können wir gesund werden so zusammengefasst Angst und Panik ist eine Krankheit des Körpers sie kommt aus dem limbischen System und sie ist die Folge eines Konfliktes mit einer Person und deshalb suche ich bei diesen meinen Angstpatienten die Lösung des Konfliktes weil dann verschwindet die Angst sie ebbt einfach weg weil es gibt kein Input mehr hier damit sie entsteht es gibt keinen Mangel und so hoffe ich sie ein bisschen neugierig gemacht zu haben für morgen Abend wo wir dann die wichtigste das wichtigste Thema wie lösen wir Konflikte wie kommen wir dahin dass wir uns nicht mehr ärgern weil Ärger ist ein großes Potential schurchtbare viele Krankheiten stehen da durch die alle vermeidbar wären hätte ich die Kontrolle über mich selbst habe ich sie nicht bin ich ein Sklave der Umstände ein Sklave meiner Mitmenschen aber zu meinen eigenen Ungunsten und das denke ich sollte nicht so sein zumindest ich bin auf dem Weg dass ich es nicht mehr mir selber antue weil ich habe genug Schmerzen gehabt mein Leben genug Angst und bin dankbar dass es nicht schlimmer war bisher aber ich denke Angst ist schon etwas ganz Schlimmes also ich würde fast sagen Krebs ist nicht so schlimm aber ich habe Krebs noch nicht gehabt so kann ich nicht sagen aber Angst ist etwas etwas ganz Schlimmes und von Angst befreit zu sein ist eine große Sache und da bin ich sehr sehr dankbar und man kann befreit bleiben wenn man weiß was der Körper braucht und wie man aus den Konflikten rauskommt so ihr seht alle Dinge spitzen sich auf eine Situation zusammen weil was ist die Menschen für ein Leben das wichtigste wisst ihr was im menschlichen Leben das wichtigste ist essen und trinken essen und trinken was ist das wichtigste im menschlichen Leben es sind die Beziehungen die Beziehungen des Menschen sind das wichtigste was sie haben im Leben es gibt nichts Wichtigeres deshalb ist es doch selbstverständlich dass dort auch der Grund zu finden ist für unsere Gesundheit oder für unsere Krankheit deshalb müssen wir wissen welche Rolle haben unsere Beziehungen damit wir sie in dem Sinne benutzen dass wir nicht krank werden wenn wir sie haben was das ist ein